Hey, eine Kiste. Hey, da sind wieder Marken ohne Ende. Hey, geh mal aus dem Weg. Hey, es ist echt kurios. Jedes Mal, wenn ich mich zum Campen irgendwo hinstelle. Kommt keiner. Und wenn einer kommt, schaue ich in die falsche Richtung, Alter. Leck mich doch am Arsch. Was läuft der mir jetzt vor die Flinte, Mann? Ja, wie oft muss man denn... Achso, das ist der Roboter. Scheiße, Mann, der kommt zu mir. Nein, geh weg. Wichser, ey. Da ist die ist immer noch da. Boah, der hat mich... Der hat mich... ...geschlagen, die Sau. Oh, nein. Da hat jemand... Da hatten wir Gegner eine Bombe hingeplatziert. Und ich dachte, der steht da noch draußen. Der war da schon weg. Und du warst da. Entschuldigung. Boah, warum stellt sich der jetzt vor mich, Mann? Verpflichtig. Mich nervt... ...diese dumme Kuh, Mann. Nein! Ah, Mann, Tobi. Tut mir leid. Ah, da ist er ja wieder. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ey, kann man die Map nicht deaktivieren, Mann? Mich kotzt sie so dermaßen an, ey. Es ist nur noch ein dummes Respawn- und Sterben-Kack-Ding, ey. Ja, der liegt immer in diesem blöden Gang da drinnen, Mann. Der Penis. Jetzt ficke ich ihn, ey. Pass auf. Meine Marke. Alter. Meine Marke. Meine Marke. Fickse. Tobi, meine Marke. Meine Kiste, Mann. Verfickte Scheiße. Ey, im Schnee-Level ist meine Kiste. Ah, jetzt hat er sie. Wichser, ey. Vorritel. Ich schütze mich. Okay. Okay. Marken, Alter. Was geht? Ich hab grad drei Marken hintereinander eingesammelt. Und hab den nicht mal einen Kill gemacht. Oh nein, ich bin rausgeflogen. Nein, das war mein dritter Teamtier. Feierabend für heute. Okay. Ich bin über die Schüsse. Ich bin über die Schüsse.